Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe ja vor Weihnachten schon angedeutet, dass es nach Weihnachten ein kleines bisschen wieder Ausrüstungsvideos geben wird. Und das hier ist jetzt mal eins davon. Und zwar, ihr dürft mal raten, welches dieser beiden Messer neu ist. Falls ihr es nicht erraten habt, das linke. Denn hier vor euch liegt so ziemlich das erste Militärbündnis in der Geschichte zwischen Deutschland und der Schweiz. Man kann es an den jeweiligen Aufdrucken erkennen, welchem Land das jeweilige Messer mal gehört hat. Jetzt gehören sie mir. Das Bundeswehrtaschenmesser, das moderne in Anführungszeichen auch BW Scharf genannt. Und wie ich jetzt rausgefunden habe, die Schweiz hat genauso eins, was ich übrigens sehr toll finde. Allerdings muss man sagen, die Schweiz hat, da sie dieses Messer auch hergestellt hat, auch wenn es da nicht drauf steht, bei dem Schweizer Modell ihrem Nationalstolz ein wenig Ausdruck verliehen und da dann auch drauf geschrieben, dass sie es hergestellt haben. Und außerdem haben sie weder Kosten noch Mühen gescheut, das reiche Schweizer Militär, um hier einen Gummirand und ganze fünf Gumminoppen pro Seite anzubringen, damit das Ganze noch rutschfester in der Hand sitzt. Und wenn ich ehrlich bin, so im Vergleich hier, Deutsch, Schweiz, das rutscht halt wirklich gar nicht. Hier das deutsche Modell, das ist schon so ein bisschen flutschig. Das Schweizer Modell muss man sagen, das hilft. Also es hilft schon wirklich, insbesondere wenn man nasse Hände hat. Das habe ich daheim mal ausprobiert. Ich habe jetzt gar kein Wasser da. Ist das schon noch mal ein gewisser Vorteil. Außerdem, was mit diesem gummierten Rand eben nicht passieren kann, was hier beim deutschen Modell sehr wohl passiert ist, ist, dass es runterfällt und der Rand einfach mal abkracht. Ich vermute mal schon, dass der gummierte Rand da ein wirkungsvoller Schutz wäre. So viel dazu und dann kommen wir zur Klinge. Und zwar sind beides Einhandmesser, was in der Schweiz tatsächlich egal ist. In Deutschland fällt selbst das Bundeswehrtaschenmesser theoretisch ja eigentlich dann sogar für Soldaten unter das Führungsverbot. Aber scheinbar ist Soldat sein dann ein vernünftiger Grund, um ein Messer, das unter das Führungsverbot fällt, führen zu dürfen. Weil anders kann ich mir nicht erklären, wie das Bundeswehrtaschenmesser noch Standardausrüstung des deutschen Soldaten sein darf, der mit seiner Standardausrüstung ja auch die Kaserne verlassen darf. Ergo muss Soldat sein wohl ein Grund sein, um so ein Einhandmesser führen zu dürfen. Und, liebe Polizei, ich bilde mir jetzt einfach mal ein, da ich ja irgendwie noch so Soldat bin, der Reserve, muss ich ja eigentlich so ein Messer auch noch führen dürfen. Ne? Also das bilde ich mir zumindest jetzt einfach mal ein und riskiere, dass dem nicht so ist und ich irgendwann mal Ärger bekomme, wenn ich im Wald wohlgemerkt mit so einem Messer tatsächlich mal angetroffen werden sollte. Rein rechtlich gesehen, dass es ohnehin Kommentare geben wird, die darauf hinweisen, dass beide Messer unter das Führungsverbot fallen. Dann habe ich es jetzt ohnehin schon gesagt. Beide Messer fallen in Deutschland unter das Führungsverbot nach dem bescheuerten Paragrafen 42a des deutschen Waffengesetzes. Jawohl. Das Schweizer Modell, wie gesagt, das ist eben neu und falls die liebe Schenkerin und deren Freund jetzt hier zuschauen, möchte ich nochmal kurz erwähnen, dass ich mich trotzdem wahnsinnig über das Ding gefreut habe, auch wenn es fast dasselbe Messer ist wie mein altes Bundeswehrtaschenmesser, aber da ich ja auch Messer sammle, ist das einfach toll, dass ich die Schweizer Version und die deutsche Version und jeweils das Original vom Militär eben habe, weil das hier ist Mainz, dienstlich geliefert, noch aus Bundeswehrzeiten und das hier ist tatsächlich auch ein Original vom Schweizer Militär, von der Schweizer Armee nennen sie sich, glaube ich. Und entsprechend bin ich wirklich begeistert, weil ich glaube, so einfach kommt man da auch normalerweise nicht dran, wenn man da nicht diverse Soldaten der Schweiz kennt. Was mich an diesen Messern ein kleines bisschen stört, um das mal vorneweg zu sagen, da ich ja gerade bei der Klinge eigentlich stehen geblieben war, ist, dass sie einhändig kaum zu schließen sind, weil man den Liner-Look nach rechts drücken muss. Das wäre kein Problem, wenn man ein Linkshänder ist, da muss man nur noch aufpassen, dass man sich eben nicht in die Finger schneidet, aber dann geht's. Da ich aber kein Linkshänder bin, sondern Rechtshänder, müsste ich das Ding nach rechts drücken und dann versuchen mit dem Zeigefinger das Ding irgendwie zuzubekommen und das ist mir schon allein wegen der Klinge erheblich zu gefährlich. Heißt zum Schließen braucht man dann wieder beide Hände, was die Einhandmechanik schon ein bisschen einschränkt, finde ich, weil man kann das Messer nicht aus der Hose nehmen, aufmachen, irgendwas schnibbeln und mit der gleichen Hand einfach wieder einstecken, sondern braucht dann halt eben doch geschwind die zweite. Was natürlich trotzdem geht, ist, dass man das Ganze dann so irgendwie zumacht. Also drücken, irgendwo dagegen drücken, zum Beispiel auch ans Hosenbein, also nicht unbedingt den Stoff der Hose, sondern eher mehr das Beinhalt, ihr wisst, wie ich es meine. Und das geht dann natürlich schon, aber es ist umständlicher, als es sein müsste, wenn das Ding für Rechtshänder ausgelegt wäre. Gut, ja, zur Klinge. Die sind beide identisch, allerdings muss man sagen, dass das linke Modell natürlich noch erheblich neuer ist. Deshalb wirkt die Klinge vielleicht möglicherweise ein bisschen breiter. Das liegt daran, dass sie ein ganz kleines bisschen breiter ist, weil hier schon einiges an Material runter ist. Ihr könnt es hier an den Zähnen ganz gut erkennen, dass die inzwischen etwas asymmetrisch sind und man doch ganz gut sehen kann, dass die ordentlich abgenutzt worden sind im Laufe der Zeit. Besonders hier an der Spitze kann man es ganz gut sehen. Ich habe mal versucht, den Wellenschliff ein bisschen nachzuschleifen, aber, naja, mehr schlecht als recht hat das geklappt. Das hier hingegen ist noch jungfräulich. Da sieht die Zähnung natürlich etwas symmetrischer aus. Die Spitze hier ist noch schön abgerundet und auch erheblich schärfer als hier bei diesem Modell. Und so schaut es von der anderen Seite aus. Wo wir gerade beim Seitenansichtmodus sind, könnt ihr schön sehen, dass die einseitig geschliffen sind. Also sprich, Schliff nur auf einer Seite. Das ist ganz interessant. Macht es beim Nachschleifen jetzt nicht unbedingt schwieriger. Muss man halt primär auf der Seite hier schleifen und auf dieser Seite hier nur noch mal ein ganz kleines bisschen den Grat wegziehen. Dann werden sie eigentlich wieder ganz gut scharf. Zum Wellenschliff schleifen braucht man natürlich halt irgendein Spezialgerät, was das kann. Ich persönlich bin ohnehin kein guter Messerschleifer und habe mich deshalb an den Wellenschliff jetzt relativ wenig dran getraut. Weshalb dieses Ding jetzt mittlerweile auch nicht mehr so scharf ist. Klar, Brötchen aufschneiden kann man damit noch. Ich habe mal das hier ausprobiert. Das geht natürlich durch alles Mögliche. Wie Sau. Wir machen gleich noch einen kleinen Test. Ja, das Zubehör ist bei beiden Messern identisch. Es gibt statt dem Korkenzieher einen doch in den meisten Fällen erheblich nützlicheren Schraubenzieher. Wobei ich sagen muss, dass ich den Korkenzieher auch gebrauchen könnte, da ich gerne Wein trinke. Und auch gerne mal ein Fläschchen Wein in der Natur dabei habe. Insbesondere, wenn ich mit Frau in Natur bin. Was ja auch nun wieder mal vorkommen soll. Ein sehr praktisches Werkzeug, finde ich, ist dieses Ding. Ich vermute, es heißt Aale. Ich bin mir beim Namen dieser Dinger nie so ganz sicher. Jedenfalls kann man damit hervorragend Löcher in so ziemlich jedes Material bohren. Inklusive Konservendosen. Habe ich schon viel gemacht, weil ich... Also mit dem anderen habe ich das schon viel gemacht. Weil das so ziemlich das einzige Werkzeug ist, mit dem ich überhaupt Löcher in Konservendosen mache, um irgendwelche Hobodosen zu bauen. Ja, man kann es hier ein bisschen erkennen, dass die Schneide in Anführungszeichen da schon mal ein bisschen gelitten hat. Wenn man da wirklich viel mit Metall arbeitet und da dann brachial drin rumbohrt. Die Hauptfunktion, dass ein Loch reinkommt, das funktioniert natürlich immer noch. Aber man kann schon sehen, diese Schneide in Anführungszeichen, die hier dran ist, ist schon schadig geworden. Die ist hier noch erheblich jungfräulicher. Theoretisch, früher dachte ich immer, man könnte dieses Ding eigentlich primär verwenden, um damit Dreck unter den Fingernägeln zu entfernen. Dafür wäre das gedacht. Ist es nicht. Ja, dann kommen wir zum Innenleben in Anführungszeichen. Da gibt es hier einmal einen guten Flaschenöffner. Ich persönlich brauche den. Ich trinke nämlich kein Bier. Habe demzufolge auch keine Übung mit Bierflaschen aufmachen. Oder eben andere Flaschen, die einen Kronkorkenverschluss haben. Und wenn ich dann mal an einen Kronkorkenverschluss komme, muss ich sagen, ich kriege den ohne Flaschenöffner kaum auf. Also ich kann das nicht mit den Zähnen, nicht mit den Zähnen, nicht mit einem Feuerzeug und was auch immer. Kriege ich alles nicht so wirklich hin. Ich brauche tatsächlich so einen Öffner, weil ich Bierflaschen zu selten aufmache. Einfach mir fehlt da die Praxis. Und hier vorne dran ist noch ein Schraubenzieher. Ich habe noch nie so ganz begriffen, warum dieses Teil hier arretiert. Ich weiß nicht, was für massive Schrauben man mit diesem Ding hier schrauben will, dass es notwendig ist, dass das wirklich massivst arretieren tut. Aber das tut es. Naja, man kann das natürlich dann auch als eine Art Brecheisen in Anführungszeichen verwenden, um irgendwelche Holzkisten möglicherweise aufzuhebeln oder ähnliches zu machen. Dann wäre die Arretierung natürlich praktisch und das Ding ist schon wirklich ordentlich brachiar. Ist wahrscheinlich schweizerdeutsch, was ich hier gerade zu sprechen versuche. Kennt ihr das Ruchrechtschli? So ähnlich. Das soll sowas wie Küchenschrank heißen, ist aber wohl scheinbar ein Schweizer-deutsche Verarschungswort, weil kein Schweizer seinen Küchenschrank wirklich Ruchrechtschli nennt. Aber ja, zum deutschen Verarschen irgendwie. Habe ich mir sagen lassen. Ja, das hier ist ein Dosenöffner. Der funktioniert hervorragend. Also zumindest das Modell an der Alternative. Na? Das? Wo ist das denn? Ei, ei, ei. Deshalb werden meine Videos immer so lang, weil ich keine Ahnung habe, was ich hier tue. Der hier funktioniert jedenfalls hervorragend. Der ist jetzt schon ein bisschen stumpf geworden, weil ich wirklich viele Dosen damit aufgemacht habe. Das funktioniert also wirklich gut. Und der hier wird entsprechend auch gut funktionieren, vermute ich mal sehr. Die sind auch mehr oder weniger baugleich. Hat hier ein bisschen Dreck noch dran. Sollte gut funktionieren. Und das da vorne ist noch ein kleinerer Schlitzschraubenzieher. Wobei hier der Dosenöffner eben nicht arretierend ist. Müß, warum, wie gesagt, ich weiß es nicht. Gut, und dann haben noch beide Messer diese wirklich sehr effiziente, wunderbar funktionierende Säge. Ich habe den Eindruck, die hier sei besser. Das könnte allerdings daran liegen, dass die hier eben neu ist. Und das Modell, was hier dran ist. Na? Wo ist sie? Da ist sie. Entsprechend mittlerweile etwas in die Jahre gekommen. Aber wir machen mal eine Gegenüberstellung, spaßeshalber. Und wir sehen keinen nennenswerten Unterschied zwischen den Sägen. Die hier fühlt sich jedenfalls enorm hochwertig an. Und mit der hier, weiß ich, habe ich schon jede Menge tolle Dinge gesägt. Ja, also Säge, die arretiert komischerweise auch wieder nicht. Aber der Flaschenöffner. Jo, und das war es mit den Funktionen auch schon. Wie gesagt, vom Grip her, die Schweizer Variante ein bisschen geupdatet. Ansonsten sind sie sich ziemlich gleich. Aber als Messersammler, guckt mal, wie toll ist denn das, wenn man da jeweils die Original-Militär-Version vom Messer hat. Ich finde das toll. Ansonsten sind die als EDC-Messer auch wirklich super geeignet, weil auch wirklich alle nennenswerten Funktionen, die ein Messer, ein Taschenmesser, also ein Multifunktionstaschenmesser haben sollte, meiner Meinung nach dran sind. Und in seltenen Fällen braucht man mal andere Schraubenzieher als die, die hier dran sind. Aber das ist bei mir auch wirklich noch nicht oft vorgekommen. Und ich habe dieses Messer auch schon viel bei Umzügen und Ähnlichem verwendet. Gut, es ersetzt nicht den kompletten Werkzeugkasten. Dafür wäre dann halt so ein Bit-Halter noch ganz hilfreich. Nicht, dass ich jetzt der Meinung bin, dass das da unbedingt dran gehört. Ich finde das so, ehrlich gesagt, sympathisch. Aber es kann halt das, was es kann. Und dann war es das. Und eben jetzt nochmal eine neue, tolle Schweizer Version. In wieder scharf. Weil das Ding so langsam, viel hätte ich es nicht mehr benutzt. Weil die Klinge ist halt dann doch, ist gerade auch der Wellenschliff so langsam ein bisschen hinüber. Klar, man kann das dann nochmal irgendwie schön zurechtschleifen. Aber ich bin beim Messerschleifen eben eher doof. Naja, jetzt machen wir noch einen ganz kleinen Schnittstest und dann haben wir es. Ja, hier habe ich ein kleines Ästchen. Das ist Eiche, also das härteste Holz, was wir so haben. Zack, und durch ist es. Also man sieht, das Teil ist wirklich saumäßig scharf. Glatter Schnitt, könnt ihr sehen. Hier, wunderbar, da ist gar nichts. Und da kann man wirklich hinten vorne nicht meckern bei der Schnittleistung der geraden Fläche. Überhaupt finde ich bei den Messern genial, dass sie eben trotz Wellenschliff hier noch eine gerade Schneide haben, die halt zum Schnitzen taugt. Mit dem Wellenschliff kann man halt super irgendwelches Gemüse schnibbeln, sonstige Küchenarbeiten bewältigen. Zum Schnitzen ist der jetzt eher nicht so geeignet. Also der geht da auch durch, aber ja, nicht so gut wie die glatte Klinge. Da ist das wirklich wunderbar und ich hoffe man, ups, klar, das ist jetzt kein besonders frischer Zweig, aber man kann, denke ich, trotzdem erkennen, dass dieses Messer sehr wohl was taugt von der Schärfe. Zum Vergleich vielleicht schnell nochmal das alte, das ich eben schon jetzt ewig lange auch nicht mehr nachgeschliffen habe. Das ist aber immer noch, wie man sehen kann, durchaus verwendbar. Es bleibt halt immer noch ein kleines bisschen, weil da was stehen. Das ist dann halt doch eben, da fehlt es dann halt ein kleines bisschen an der super, super, super tollen Schärfe. Mit dem Wellenschliff wird das mittlerweile ein bisschen, seht ihr? Schwierig. Geht auch noch, aber man merkt halt schon, dass das Modell ein bisschen älter ist. Übrigens, diese Fingermulde hier ist auch wunderbar zum hinten die Hand drauflegen, den Daumen drauflegen beim Schnitzen. Da kann man ganz gut mit arbeiten. Das habe ich auch immer sehr gemocht bei diesen Messern. Ja, also wie gesagt, ich finde die toll. BW Scharf Bundeswehr Taschenmesser. Mittlerweile gibt es, glaube ich, das hier auch mit dem Bundesadler schon zu kaufen. Lange, jahrelang gab es das nicht. Und da war ich der Einzige, der so ein Ding besessen hat, also bei den Leuten, die ich kenne, weil ich es halt eben dienstlich geliefert bekommen habe und habe es dann verloren und dann nach Ausscheiden aus der Bundeswehr zufällig wiedergefunden. Das stimmt übrigens wirklich die Geschichte. Ich habe es wirklich verloren, habe wirklich ein neues Beantrag gehabt, habe das neue dann auch zusammen mit meiner anderen Ausrüstung abgegeben gehabt und habe dann das Ding tatsächlich daheim wiedergefunden, nachdem ich gedacht habe, ich hätte es verloren. Also ich habe die Bundeswehr nicht darum beschissen. Ja, es war ein Zufall. Ich schwöre. Und das habe ich auch im Beschenk bekommen. Ich weiß es nicht, inwiefern ich jetzt Ärger mit der Schweizer Armee kriege. Wenn die so etwas wie einen militärischen Abschirmdienst haben, dann kommt der jetzt bestimmt bei mir vorbei. Hm, ich bin gespannt. Naja, macht's gut. Winke, winke.